Ja! Haha! Let's blunder! So, mit einem kurzen Blick auf die Zeit sehe ich, die Folge ist schon fast wieder vorbei. Aber die ist eigentlich schon wieder vorbei. Aber ich weiß ja nicht, wie lange das noch dauert. Das fühlt sich gerade irgendwie sehr, sehr nach Zwischenfinale an, sage ich mal. Also eben ziemlich nach Action-Szene, die ich eigentlich gerne noch zu Ende spielen möchte. Mal schauen, ich spiele einfach nur weiter. Wenn es jetzt noch sehr lange dauert, dann teile ich das Video einfach nochmal in zwei Folgen auf. Aber ich glaube eigentlich, das müsste auch in einer Folge noch funktionieren. So, hier kann ich Dinge schieben. Entschuldigung, da unten. Familie Hoppenstedt wünscht frohe Weihnachten. Ich muss immer noch ab und zu aufs Gamepad gucken, welche Taste hier drücken muss. Aber es ist besser geworden, seit dem letzten Mal. Halt, stopp. Ich weiß gar nicht, was mir das bringt. Entschuldigung. Sorry, Lisbeth. Ich weiß gar nicht, was mir das bringt, aber irgendwie muss ich das Ding ja da oben halten, ne? Gut, hier sind auch solche Fässer. Und hier ist Wasser. Wir wissen, mit diesen Fässern können wir tauchen. Guck mal, das muss ich jetzt nämlich so nämlich. Dann kann ich das da hochziehen, dann bleibt es da und dann kann ich hier wieder runtertauchen und kann da hinten anscheinend diese... Da ist nämlich die verfluchte Münze. Die kann ich dann rausholen. Äh. So, haha. Ihr wisst wie. Entschuldigung. Oh. Ich kann ja vollen Verwurfen. Wo kommt er jetzt her? Und es geht immer noch weiter. Äh. Wir folgen einfach mal der Geldspur. Ich habe so das Gefühl, dass ich da nicht runterfallen sollte. Oh, ich bin tot. Cool. So, hier muss ich wieder... Ich muss den Appelkloppen auf jeden Fall. Da kann ich mit Jack was machen, da unten kann ich mit Mr. Gips was machen. Machen wir doch erstmal mit Mr. Gips was. Alter, lässt du mich mal in Ruhe. So, hier und der Hammer, der geht so. Jetzt lässt du mich da an das Herz rein. Ich brauche gar kein Herz. Ich bin voll... gut dabei. Was habe ich hier eigentlich gerade gemacht? Was habe ich hier gebaut? Jetzt... Jetzt bräuchte ich den Herz. Jetzt ist es natürlich weg. Boah, Alter. Warum kann ich den nicht verwunden? Bin ich so ein krasser Fail-Kämpfer einfach? Wer bin ich jetzt gerade? Ah, jetzt bin ich der Lüde. Den will ich aber auch nicht. Nein, ich will... Jack Sparrow. Jack Sparrow Weste bin ich. Und ich bin direkt tot, nachdem ich direkt losgelegt habe. Geil. Schön, schön, schön. Okay, wie komme ich da jetzt rüber? Wahrscheinlich wieder hier. Shit. Super. Und die Karte konnte ich mir die wehren, weil ich den blöden Kompass ausgepackt habe. So wünsche ich mir das. So stelle ich mir das vor. So, wir versuchen das nochmal, nicht wahr? So, vorsichtig jetzt. Ja, ich glaube, die Folge werde ich definitiv in zwei Teile schneiden. Was kann ich hier denn... hier drüben nochmal? Ohohoho. Alter. Wo hat der überhaupt die ganzen Bananen her? Hoppala. Hehe. Nein, oh, das kann doch nicht wahr sein. So, was macht das hier? Kann ich das kaputt machen? Nein. Da kann ich nur dran... mich dran hochschwimmen. Was war das denn? Witzig, aber... So, den kann ich nämlich hier. Muss ich da... Achso, natürlich, das ist so ein Rollschalter. Jetzt check ich den. Das ist so ein Ding. Okay. Jetzt bauen wir uns was Schönes. Und ich habe so das Gefühl, hier muss ich nur noch was bauen. Wahrscheinlich... Was ist das hier? Ist das noch so ein Rollschalter? Oder kann ich da einfach... einfach so mit dem Rad drauf fahren? Mit dem Fass. Äh... Ich dachte, ich rolle da jetzt drauf. Augenständig fühle ich das nicht. Nein. Jetzt habe ich so eine Fackel, aber was mache ich damit? So, auf dem Boot kann ich auch nichts machen. Was bringt mir das hier? Dieses blau-gelbe Feld. Kann ich das kaputt schießen? Ne, anscheinend nicht. Irgendwas muss ich hier ganz offensichtlich machen, aber ich weiß nicht was. Okay. Versuchen wir mal Kotten. Bei dem habe ich ja immer noch nicht gecheckt, was er eigentlich machen kann. Vielleicht kann er auch... Nein. Nee, es bringt alles nichts. Also ich muss hier noch so ein Ding drauf bauen, ganz offensichtlich. Und ich bin ziemlich sicher, dass es... Muss ich da einfach aus großer Höhe drauf springen oder so? Okay, das kann wieder nur Jack. Okay. Also die Leiter ist auch nur als ganz besonders fieser Hoffnungsmacher da. wieso sich fallen lassen... Junge! Äh, daneben? Nein, nicht da lang. Ja. Dammit! Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das die richtige Lösung ist gerade. Da ist das. Nein, das ist offensichtlich nicht die richtige Lösung. Aber ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Also wirklich gar keine Ahnung. Na, da geht es ja nur wieder rüber auf mein eigenes Schiff. Habe ich da irgendwas übersehen? Ich glaube doch nicht, ne? Das kann ich ja auch erst später halt machen. Ne. Nicht. Guck mal, was ich kann. Boah, das nervt mich ein bisschen, dass ich jetzt überhaupt keine Ahnung habe, wie das, wie das hier weitergehen könnte. Und ich versichere, euch nervt das eben so sehr. Ich kann auch mit einem Doppelsprung nicht da oben an dieses, dieses Teil dran. So, ich versuche noch mal, ob ich noch mal meinen anderen Schatzsuchermodus hier oben anschmeißen kann. Kann ich einfach da oben drüber springen? Oh Gott, ich fühle mich jetzt gerade sehr, sehr doof. Okay, ja. Tut mir sehr leid. Nein, 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 nein. Einfach drehen. Einfach drehen. Einfach drehen. Einfach drehen. Drehen. So, kommst du hier, du misst Vieh. Ich hab dich auf null Lebenspunkte runtergebracht. Hier, ich wollte es doch sagen. Ja, ich werde es doch. Ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, Ganz um, als wer die Filme nicht kennt, dem könnt ihr es ziemlich schwer fallen dieser Logik zu folgen. Die gute alte Cartoon-Physik übrigens, ich liebe es. Jawoll! Wir haben wieder ein paar Charaktere freigeschaltet. Ich bin wieder ein wahrer Pirat. Wie viel habe ich freigeschaltet? 72 Prozent. Geil, oh fucks, cool. Hab's schon drauf, ne? Aha. Ja, die Folge ist ewig lang geworden. Die werde ich definitiv in zwei Folgen aufteilen. Was völlig überflüssig ist, dass ich das gerade sage, weil wir dann gerade in der zweiten Folge sind, wie ihr es längst festgestellt habt. Ähm, ja, aber dann ist das gerade eine sehr schöne Möglichkeit für mich, äh, zu speichern. Deswegen würde ich sagen, ab zurück zum Hafen. Und, äh, dieser schöne Ladebildschirm schon wieder. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in eben hier in dem Hafen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, gute Winde. Cheers.